Aber umso mehr sind wir jetzt interessiert an Ihrem Input. Wir haben zwei Saalmikrofone und wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonstige Wortmeldungen haben, dann bitte ich Sie, mir ein Zeichen zu geben, damit wir die Diskussion jetzt auf eine breitere Basis stellen können. Eine Sache muss ich noch sagen, Sie haben wahrscheinlich, es ist ein bisschen spät, das jetzt zu sagen, aber Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass wir hier Fotos machen, um die Veranstaltung zu dokumentieren, auch für den Blog. Und dass wir die Veranstaltung auch auf Video aufzeichnen, um dann sie eben auch auf dem Blog nochmal dokumentieren zu können. Darauf wollte ich Sie nur aufmerksam gemacht haben. Ja, ich hätte eigentlich erstmal die nächste Frage zu der Trollpolitik, beziehungsweise zu dem Phänomen der Trolls. Bezieht sich das auf alle Themen, die im Verfassungsblock diskutiert werden oder aber, und das wäre so meine Beobachtung, bezieht sich das Trollproblem vor allem auf die Europa-Fragen? Also ich habe in der Tat die Beobachtung gemacht, dass in der letzten Zeit Beiträge zu europapolitischen Fragen oder etwa der Beitrag von Franz zu der Vorlage des Conseils Constitutionnels, dass die doch sehr böse kommentiert werden. Und in einer Weise, wie ich sie wirklich auch nicht akzeptabel finde. Worin unterscheiden sich jetzt Trolls oder potenzielle Trolls von solchen Menschen, die vielleicht nur für so einen Stimmungsumschwung in der Öffentlichkeit stehen und den vielleicht auch in irgendeiner Weise symbolisieren. Und also wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass das Trollproblem vor allem Europa-Fragen betrifft. Und jetzt nochmal was zu der Wissenschaftlichkeit. Also ich meine, meine Lieblingsdebatte im Verfassungsblock war die Debatte zu dem Rettungsschirm für Grundrechte. Das war eine so hervorragende Debatte, die anderswo so nicht geführt worden ist. Also wir haben ja in Deutschland in der Rechtswissenschaft das Problem, dass alle Fragen rund um Recht und Politik eigentlich unterbelichtet sind. Also das Law and Politics, das haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Und diese Debatte war ein so wunderschönes Beispiel für die Möglichkeiten eines Blocks. Denn offenbar ist es anderswo nicht möglich gewesen, so das zu diskutieren. Wie in dieser, wirklich kann man fast heute schon sagen, legendären Debatte, wo ja ganz unterschiedliche Autoren auch zu Wort kamen, das auch sehr dogmatisch teilweise war. Also das war durchaus wissenschaftlich. Ich würde das also dann doch mit Nachdruck bestreiten, dass der Blog, wenn es um Themenschwerpunkte geht, irgendwie eine mindere Wissenschaftlichkeit hätte. Nochmal, in der NVWZ oder so, da kann man sowas nicht lesen. Und man kann es auch nicht in Archiv aufsetzen lesen. Und dazu scheint mir der Blog dann eben doch ganz besonders geeignet zu sein, um solche Themen anzusprechen, die wir vielleicht in Amerika haben, aber die hier in Deutschland völlig unterbelichtet sind. Also ich kann zu beiden Punkten vielleicht kurz was sagen. Zu dem Thema Trolls. Also ich mache auch die Beobachtung, dass sich sozusagen die Stimmung, also die Tonlage, in der über Europathemen diskutiert wird, verschärft und dass wir es auch zunehmend mit Leuten zu tun haben, die gerade bei Europathemen einen Ton anschlagen, der echt problematisch ist zum Teil. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir, glaube ich, also ich glaube, der Blog insgesamt hat da so ein gewisses Profil. Also ich glaube, dass es eine ganze Menge Leute im euroskeptischen Spektrum gibt, die einfach den Blog als solches sozusagen als dem feindlichen Lager zugehörig identifiziert haben und deswegen dann da Kommentare hinterlassen, die diesen Charakter haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es nochmal was anderes ist. Also wenn ich von Trollen, das ist eine Nomenklaturfrage, aber wenn ich von Trollen spreche, dann spreche ich eigentlich von was anderem. Dann spreche ich nicht von Leuten, die tatsächlich eine, und sei sie auch stilistisch in unakzeptabler Form vorgebrachte, Meinung vertreten, sondern die eigentlich gar keine unbedingt eine Meinung vertreten, sondern einfach nur Spaß daran haben, sozusagen eine Stinkbombe zu werfen und destruktiv zu wirken und die Diskussion zum Platzen zu bringen. Und das ist ein ganz spezifisches Phänomen, das durch die Anonymität ermöglicht wird und wo ein ganz bestimmter Menschenschlag da offenbar dazu animiert wird, solche Dinge zu treiben. Und das ist ein Problem, mit dem sich, glaube ich, jeder Blogbetreiber oder sogar jeder Webseitenbetreiber auseinandersetzen muss und für das es keine Lösung gibt, außer diese Art von Beiträge, wenn man sie identifiziert hat, konsequent zu löschen. Und ansonsten hat man es tatsächlich damit zu tun, dass halt Anonymität seine Vorträge hat, wie Alexandra sie ja auch benannt hat, aber eben dazu führt, dass die Leute sozusagen ihre Manieren vergessen gelegentlich. Und das muss man bis zum gewissen Grad auch einfach aushalten. Zu dem zweiten Punkt ist es tatsächlich so gewesen, also dieses Online-Symposium Rettungsschirm für Grundrechte ist tatsächlich so zustande gekommen, dass ich in der FAZ auf der Staat- und Rechtsseite einen kleinen Einspalter gesehen habe, wo Armin von Bogdandi die Ergebnisse dieser Forschungsgruppe, die diesen Vorschlag mit dem Rettungsschirm für Grundrechte gemacht hat. Also um es kurz zu erklären, da geht es, also es war inspiriert unter anderem auch von Ungarn, da geht es darum sozusagen den europäischen Grundrechtsschutz auf eine Weise zu verändern, der es der EU ermöglicht, Verfassungserosionsprozessen auf mitgliedstaatlicher Ebene leichter entgegentreten zu können. Und da hat eine Forschungsgruppe um Armin von Bogdandi aus Heidelberg einen sehr innovativen Vorschlag gemacht und den hat er in diesem Einspalter in der FAZ beschrieben. Und ich habe das gesehen und dachte mir, wow, das ist ja wahnsinnig spannend. Dann habe ich ihm angeschrieben, ob wir da was machen können zu. Und dann haben wir das getan und so kam diese Diskussion dann zustande. Das heißt, also ich glaube, dass an sich die FAZ sozusagen, um diesen Vorschlag in die Öffentlichkeit zu bringen, natürlich noch viel effizienter und noch viel wirksamer immer noch ist, als wir das sind. Aber was wir tatsächlich eben können, ist dann eine Debatte in dieser Form in Gang zu bringen. Und ich glaube auch, dass da sozusagen eine ganz spezifische Möglichkeit dieses Mediums aufscheint, von der wir auch immer mehr Gebrauch machen wollen. Ja, also vehementes Votum erstmal für die Anonymität, weil also in meiner Rolle kann ich definitiv keine Postings unter Klarnamen abgeben. Ein Kollege von mir hat das mal bei Facebook gemacht und ist dann am nächsten Tag damit zitiert worden in der Zeitung. Also völlig ausgeschlossen, da müsste ich es einstellen. Das Zweite ist, ich wollte mal Impressionen bringen aus der Praxis. Ich weiß, dass das für die Wissenschaft manchmal ein bisschen irritierend ist. Aber wenn man dann so im Leitungsbereich eines Ministeriums ist und es ist Freitagnachmittag und ein Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schiebt noch schnell eine Entscheidung durchs Fax und plötzlich rollt eine Tsunamiwelle an Anfragen über einen her und man muss irgendwie eine Position zu einem Urteil bekommen und dann geht man an so eine Fachebene heran, die mit derselben wissenschaftlichen Akkuratesse wie die Wissenschaft selbst, da sitzen ja auch zum Teil die Autoren aus der NVWZ, das bearbeiten. Das heißt also, sehr gewissenhaft, sehr gut, aber vielleicht kriege ich dann am Dienstag eine Stellungnahme. Dann brauche ich erstmal einen Zugang zu dem Thema und dann ist der Verfassungsblock unentbehrlich. Und das ist dann auch wirklich so, dass wir dann da so zum Teil einfach, das ist nicht die einzige Informationsquelle, da wird auch schon geschaut, was der nicht anwesende Prantl dann so als Kommentar schreibt und so. Aber das wird gesammelt und dann muss man jetzt hier ein Meinungsbild erstmal herstellen und da spielt ein Blog eine große Rolle, deswegen wünsche ich mir den nicht nur im Verfassungsrecht, sondern auch vielleicht im Zivilrecht und im Strafrecht und vielleicht mal im Verkehrsrecht, keine Ahnung. Also da gibt es eine Menge Anwendungsbereiche, wo meine Arbeit unglaublich erleichtert werden würde, und du werdet es mehr davon geben. Und das, glaube ich, führt zu einem anderen letzten Punkt, den ich mir sagen wollte, ist, was ist gesellschaftlich relevant und wie werden Ressourcen verteilt? Also wenn wir ein Thema definieren, und dafür ist Ungarn ein wunderbares Beispiel, also wenn wir überhaupt mal die Wissenschaft da jetzt vielleicht nicht die Vorreiterrolle spielen, wenn wir ein Thema identifizieren, dann werden da auch Ressourcen reingesteckt. Dann kriegen wir Anfragen, dann wird der Bundestag tätig, dann gibt es Anhörungen, dann werden Gutachten verteilt, dann werden Promotionen ausgeschrieben, etc. pp. Also wir bestimmen über die gesellschaftliche Relevanz auch das, wo sich Wissenschaft dann hinbewegt. Insofern hat es eine ganz wesentliche Lotsenfunktion. Ja, ich bin selber nicht Rechtswissenschaftlerin, sondern Kunsthistorikerin, Literaturwissenschaftlerin und hätte eine Frage an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier versammelt sind. Mir ist jetzt schon ganz gut klar geworden, wie das Blog journalistische Praxis beeinflusst und wie da eine Wechselwirkung ist. Oder auch wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bloggen und quasi mit ihrem Wissen an der Diskussion teilnehmen. Was mich tatsächlich interessieren würde, wäre, wie beeinflusst das Bloggen die wissenschaftliche Praxis? Ganz konkret ihre wissenschaftliche Arbeit, wie wirkt das Bloggen auf der Ebene zurück? Wahrscheinlich wieder ein unbeliebter Kommentar. Bei mir vor allen Dingen als Ablenkung, weil ich in der Pause statt Spiegel Online mal den Verfassungsblog angucke. Aber das ist jetzt durchaus produktiv gemeint. Das ist einfach spannend zu lesen, aber es ist jetzt nicht eine primäre wissenschaftliche Quelle, wenn ich mich auf die Recherche zu einem Thema begebe. Aber es ist etwas, was als Begleitmedium der wissenschaftlichen Tätigkeit sozusagen das Aktualitätsrauschen darstellt, das man wahrnimmt. Themenidentifikation, sozusagen schauen, wie Debatten laufen, Stimmung aufnehmen, lauter solche Sachen. Dafür ist das ein tolles Medium. Ja, weil die Frage jetzt darauf gerichtet, wenn man selbst das schreibt, wie es dann verändert. Also hier ist eine Perspektive, die Martin Eifert genannt hat, die Konsumentenperspektive. Also da würde ich auch nochmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass es halt wirklich dieses Aktuelle ist und auch dieses Umfassen. Also in bestimmten Rechtsgebieten, vielleicht mehr als in anderen, ist man ja letztlich auch von einem permanenten Information Overkill getroffen. Und wenn man im Bereich des Europarechts oder des europäischen Verfassungsrechts arbeitet und da mehr oder weniger 28 Verfassungsordnungen plus EuGH auf dem Schirm haben will, das ist einfach eine Frage des irgendwie mitkriegen, dass da jetzt in Portugal so ein Verfassungsgericht wieder ein wichtiges Urteil gefällt hat zum Beispiel. Also das ist einfach wirklich eine Informationsquelle, die zum Teil Informationen vermittelt und schnell vermittelt, die man so anderswo nicht kriegt. Wenn man selbst da publiziert, wie beeinflusst das dann die eigene wissenschaftliche Praxis? Also wenn das der Hintergrund der Frage sein sollte, so vom Schreiben oder vom Schreibstil denke ich eher nicht. Das wird vielleicht jeder anders auch für sich entscheiden, aber ich sehe jetzt nicht wirklich, dass man dann anfängt, dann auch in den wissenschaftlichen Beiträgen mit Fußnoten wie im Blog zu schreiben, sozusagen den Steinbeißstil zu übernehmen. Viele Nebensätze und so. Aber das wäre nochmal eine andere Frage, was auch, es ist in Deutschland, glaube ich, eine ganz alte Streitfrage, wenn man sich auch mit dem angelsächsischen Raum misst, da gibt es zwei Kulturen, also egal im angelsächsischen Raum, wenn man da öfter mal war, kriegt man das auch so mit und findet das dann vielleicht auch gut, herrscht doch sehr häufig die Auffassung vor, dass man eigentlich auch komplizierte Sachverhalte in einfacher Sprache kommunizieren kann, dass das vielleicht gerade die Kunst ist. Und in Deutschland gibt es hier noch eine sehr verbreitete Tradition, vielleicht auch gerade in anderen Sozialwissenschaften, als der Rechtswissenschaft, dass also wenn es kompliziert ist, muss es auch kompliziert formuliert sein. Manchmal ist es kompliziert formuliert, ohne dass es wirklich kompliziert ist, aber das ist dann nochmal ein anderes Phänomen, der Jargon und so weiter. Also wenn man ohnehin eher der angelsächsischen Tradition an der Stelle folgt und auch die komplexeren Dinge versucht, so zu verpacken, dass sie verstanden werden, dann hat man da auch kein Problem. Ganz konkret beeinflusst das Bloggen meine wissenschaftliche Praxis so, dass ich mir dann im Zweifel sage, ja, jetzt ist es eigentlich gesagt, das muss ich jetzt nicht noch in der NVWZ veröffentlichen. Ja, also wir sind immer noch nicht ganz dahinter gekommen, was eigentlich bei den Wissenschaftlern das Motiv ist, im Blog zu veröffentlichen. Aber ein Motiv kann ja sein, man hat irgendwie eine Idee. Das sollte ja eigentlich bei jeder Veröffentlichung dahinter stecken. Aber jetzt sind wir wieder bei der Qualität der wissenschaftlichen Publikation. Ich verstehe auch gar nicht, wie es so vorhin gesagt wurde, wir hätten das alles hier ganz rosa-rot gemalt. Das haben wir erstens nicht und dazu besteht zweitens auch kein Anlass. Also wenn wirklich so der Leitmaßstab ist, man sollte nie etwas veröffentlichen, wenn man nicht mindestens eine Idee hat in der Veröffentlichung, dann, glaube ich, besteht nicht alles, was in Deutschland rechtswissenschaftlich publiziert wird, diesen Test. Wenn es um die Idee geht, dann ist die natürlich möglicherweise mit so einem Blogbeitrag dann auch kommuniziert und dann kann man natürlich überlegen, will man es noch ausarbeiten, will man es auch an ein anderes Publikum adressieren. Also es ist eben eine andere Leserschaft im AOR oder in der NVWZ oder für eine Monografie. Aber das wäre vielleicht das, wo ich am deutlichsten sagen würde, das beeinflusst dann wirklich wissenschaftliche Praxis, dann konzentriert man sich da vielleicht auch nochmal auf andere Dinge. Wenn also, sagen wir, die eine Idee in dem Blog dann adäquat kommuniziert ist, und man nicht, was jetzt auch nochmal eine Generationenfrage ist, der wissenschaftliche Nachwuchs ist vielleicht trotz aller gegenteiligen Entwicklungen immer noch in Teilen daran interessiert, einfach Publikationsliste muss länger sein und dann wird es halt nochmal irgendwo veröffentlicht und dann ist es natürlich vielleicht doch für die entsprechenden Verwendungszwecke von Publikationslisten von Privatdozenten oder sowas wichtiger, dass es dann halt bei einem eben so eine seriöse Zeitschrift ist. Aber wenn man das in Anführungszeichen nicht mehr nötig hat, dann reicht mir das, wenn es im Verfassungsblock steht. Ich sehe vieles genauso. Ich würde noch einen Aspekt hinzufügen. Also bei uns im Juvis-Blog hat, glaube ich, das Bewusstsein, wie wir schreiben, einfach durch die Tätigkeit enorm zugenommen. Wir haben uns auch einmal in einem Workshop journalistischen Sachverstand hinzugeholt, zwei Spiegelredakteure, haben sich mal mit uns hingesetzt und unsere Texte angeschaut. Da war nicht viel ohne Rotschrift mehr zu sehen und ich glaube, das hat auch Rückwirkungen darauf, wie man schreibt. Also bei mir stelle ich das fest, dass ich doch stärker hinterfrage, wie ich schreibe. Aber die Inhalte, glaube ich, ändern sich nicht großartig. Und da ist vielleicht auch noch eine Anmerkung. Also das sehen wir auch zunehmend jetzt auch als eine Aufgabe, der wir uns widmen wollen, dass wir sozusagen das auch in die Juristenausbildung einspeisen wollen. Also wir werden jetzt in diesem Semester eine Lehrveranstaltung anbieten, wo wir Studierenden das Angebot machen, sozusagen das Verfassungsbloggen beigebracht zu bekommen, in einem Praxisblog-Seminar. Und da spielt eine ganz wesentliche Rolle, glaube ich, auch tatsächlich einfach Stilübungen. Also das berühmte Juristendeutsch. Ich bin überzeugt davon, dass das Juristendeutsch vermeidbar ist und dass man da die Studierenden in die Lage versetzen kann, Texte zu schreiben, die ganz viel zugänglicher sind, als sie das sonst so im Jurastudium beigebracht bekommen. Und das ist eine der Aufgaben, die wir uns jetzt stellen wollen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Stefan, bitte. Ich bin Hörfunkjournalist und verfolge das interessiert und finde es faszinierend, wie da eigentlich Grenzöffnungen stattfinden, die jetzt diskutiert werden unter dem Aspekt des Stils, des Schreiben, der Ausdrucksformen, der Geschwindigkeit, aus der Sichtweise der Autoren. Ich finde es wichtig, den Blick einmal noch zu öffnen in das, was verschiedentlich in Nebensätzen und Nachsätzen anklang, nämlich in die Entwicklungen, die im Bereich der traditionellen Medien wegfallen, wo sehr viel an Institutionen, an publizistischer Institutionen wegbricht im Augenblick. Das sehen wir, wenn wir jetzt sozusagen die Ebene der FAZ anschauen und der großen Medien, die verfassungsrechtlich spezialisierte Journalisten unterhalten, sehen wir das noch nicht in der Dramatik, aber vor zehn Jahren ist es auch in Deutschland so gewesen, dass eine ganze Reihe von großen Regionalzeitungen juristisch ausgebildete Fachjournalisten unterhalten haben, die sich nicht nur mit Fragen des Verfassungsrechts beschäftigt haben, aber die in der Lage waren, durch den Besuch von Fachtagungen, durch die Rezeption von Fachpublizistik einfach kommunikativ den Anschluss zu halten an die Welt der Wissenschaft, an die Diskurse, die hier stattfinden. Das wird in fünf bis zehn Jahren so nicht mehr der Fall sein. Da wird ein Teil der Öffentlichkeit wegbrechen. Das, was wir hier sehen, ist ja, glaube ich, wie ein Teil, durch das Entstehen von neuen Kommunikationsformen und Institutionen, auch eine Substitution stattfindet von etwas, was in einer traditionell organisierten Medienlandschaft seinen Platz hat. Und um das auch in eine Frage zu wenden, die sich vielleicht als erstes an Christoph Möllers hier richtet, ist, was das nicht nur für Autoren heißt, sondern auch für eine Institution wie die Universität, die ja hier, und das sehen wir jetzt hier auch in Ansätzen schon, in die Rolle nicht nur von wissenschaftlicher Beobachtung tritt, sondern von Herausgeberschaft, von Verlegerschaft im Grunde. Also sie machen jetzt was Elegantes, holen sich einen Forschungsgrant und finanzieren Wissenschaftler, die, so wie sie das schildern, das tun, was Wissenschaftler eigentlich tun, nämlich Beobachtung, also Selbstbeobachtung. Aber es ist jetzt deutlich geworden, dass es auch um ganz journalistisch, ursprünglich publizistische Tätigkeiten geht, Redaktion, Qualitätskontrolle, Themenfindung. Und ich finde, das ist eine interessante Rollenveränderung der Universität. Man kann das ja fortschreiben, kann auch da in die Vereinigten Staaten gucken, wo man sieht, wie in einer Situation, in der die Medienkrise, das Wegbrechen von Zeitungsjournalismus schon viel weiter vorangeschritten ist, als hier neue Institutionen entstehen, öffentlich getragene Institutionen, die diese Rolle von Verlegertum, publizistischer Herausgeberschaft übernehmen. Stiftungen, ProPublica Foundation, Redder Foundation und so weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, National Public Radio, hat in den USA eine ganz andere Rolle dadurch bekommen, dass die auch teilweise in Zusammenarbeit mit anderen öffentlich getragenen und finanzierten Institutionen diese Rollen übernehmen, die in den traditionellen Medien wegbrechen. und das fände ich interessant, ob das was ist, was bei Ihnen reflektiert wird und wo man, wenn man das mal fortschreibt, die Universität sieht, wo hier vielleicht sowas entsteht, wie eine digitale Form der Stiftung, der University Presses, wie wir sie vor 200 Jahren mal im agelsächsischen Raum entstehen haben sehen. Ich glaube, wenn man das, das ist interessant, also ich habe auch keine wirklich kluge Antwort darauf, aber ich glaube, wenn man sich die Entwicklung der letzten 30 Jahre erstmal in Deutschland anguckt, dann sieht man, glaube ich, völlig unabhängig jetzt auch von der Medienlandschaft, einfach was die Erwartungen an Wissenschaft angeht, so Phase 1, deutsche Wissenschaftler können alle nicht schreiben und das Unleserliche wird privilegiert und wenn man in die Öffentlichkeit geht, hat man Reputationsverlust. Phase 2, mittlerweile aber doch irgendwie relativ deutlich, dass sich das sehr stark geändert hat, dass Leute unglaublich viele, zum Beispiel die Blüte des Sachbuchs, weil das nicht wissenschaftliche Sachbuch ja doch irgendwie in den letzten 10 Jahren ganz erstaunlich zu beobachten ist. Also wir sehen, sehr viele Leute schreiben Bücher eher in Verlagen, zum Beispiel Autoren in Publikumsverlagen als in Wissenschaftsverlagen, die aber sich selber als Wissenschaftler verstehen. Das ist dann wiederum Phase 3, mittlerweile vielleicht auch schon wieder ein Problem geworden, weil man jetzt auch schon wieder sieht, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, nur noch Publikum bedienen, aber auch was anderes können, aber eigentlich keine Anreize mehr haben, was anderes zu machen. Nimmst du da schon mal so eine gute alte Monographie zu schreiben, die hat die üblichen 350 Auflage hat und die üblichen 60 Leser. Die aber wahrscheinlich das ist, was normalerweise Wissenschaft so ist. Erstmal, ja. Also man sieht hier, es gibt, glaube ich, bei uns relativ stark so ein Hin- und Herschwenken erstmal der Erwartung daran, wer eigentlich durch Wissenschaft adressiert wird. Es gibt durchaus eine messbare Popularisierung von Wissenschaft, es gibt Sachbuchlisten und all dieses Zeug, die werden auch bedient, es gibt viel größere Auflagen, es gibt Reihen und so weiter und das wird alles erstmal gefüllt und wir sehen, dass es auch ein Problem wird. Das ist bei uns, glaube ich, ein größeres Problem als in den USA, weil die USA das sozusagen mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Unis einfach erstmal abdecken können. Die haben einfach sehr, sehr gute Unis und sehr, sehr schlechte Unis und sehr viele Unis dazwischen und dann gibt es eine gewisse Form von Arbeitsteilung, wo es so Leute gibt, die alle Formen spielen können, Leute, die nur eine oder die andere Formen bespielt werden, aber irgendwie wird doch eine Menge bedient und das führt dazu, dass wir sagen, im Grunde jeder so ein bisschen eine Nische füllen kann, die aber auch eine Riesennische sein kann, weil sie zum Beispiel Bücherin über amerikanische Geschichte und ich war von Professoren, die an nicht berühmten Universitäten sind, aber die in jedes Mal auf dem Büchertisch liegen, Millionen Auflagen letztlich sogar oder Hunderttausende Auflagen in Verzweck auf. Und da gibt es ja ganz tolle Leute auch, also ganz klar. Eine vierbändige Biografie über Lennon B. Johnson ist ein Bestseller in den USA. Eine vierbändige. Es gibt gar keine vierbändige Gütebiografie im Moment auf dem Markt. Lennon B. Johnson. Das, glaube ich, ist erstmal ein bisschen viel Vorrede, aber glaube ich schon nur für die Bedingungen der Möglichkeit, im Grunde so Leistungen anzubieten, wie sie sie befragt haben. Und da würde ich tatsächlich sagen, ist die öffentliche Uni in Deutschland halt irgendwie erstmal viel kleiner, viel weniger zu Ausdifferenzierung fähig und die Chance, sie hat, aber sie ist auch viel einflussreicher in gewisser Weise, weil natürlich alles nicht so fragmentiert ist. Und wenn man mal in so einer öffentlichen Uni sitzt, man auf einmal viel mehr Leute auch hat, die einem zuhören, als in so einem amerikanischen Markt. Und dann besteht natürlich die Frage, was macht man damit und wie geht man damit um? Und da habe ich erstmal gar keine, wie gesagt, keine Antwort drauf. Ich glaube aber nur in der Tat, dass man nicht unbedingt einen Widerspruch und nicht unbedingt eine Veränderung sehen kann. Man kann auch sowas wie Redaktionsarbeit, die ich jetzt hier gar nicht so wirklich mache, aber man kann sowas wie Redaktionsarbeit, die ich vielleicht machen sollte, durchaus auch wieder eine ganz andere Tradition setzen. Natürlich zu malen die Tradition einer alten Form von philologisch-gründlichem Umgang mit Texten. Also ich glaube, da werden sich so ganz alte Sachen und ganz neue Sachen irgendwie auch nochmal irgendwie ergänzen können. Aber grundsätzlich glaube ich, letztes Wort, grundsätzlich haben wir sicherlich eine, wir haben eine sehr zentralisierte, irgendwie sehr gut funktionierende, aber auch so überkompakte Öffentlichkeit gehabt, die gerade auch durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk und durch eine hochintelligente Zeitungslandschaft von einem extrem hohen Niveau sichergestellt war, die vielleicht nicht richtig vielfältig war, aber die ziemlich gut war. Und wir sehen jetzt, wie das so ein bisschen zerbröseln an allen Dingen und das haben Sie ja auch sehr eindeutig beschrieben und ich glaube nicht, dass die Hochschule das letztlich kompensieren kann. Das muss man sich klar machen, kompensieren können wir das einfach nicht. Wir können hier und da und dort mal irgendwas Schönes machen, aber den Verlust, den das bringt, den werden wir nicht einholen können. Ich bin Christian Rath, Printjournalist und ich hätte zwei Fragen zur Integrationsfunktion des Verfassungsblocks. Das eine ist so die Frage der großen Öffentlichkeit. Also so im Moment scheint mir ja der Verfassungsblock noch um die Wissenschaft zu werben. Also er will in den wissenschaftlichen Diskurs hineinwirken, er will Wissenschaftler hineinbringen in den Blog, dass sie schreiben, dass sie kommentieren. Aber ich glaube, das ist noch deutlich extremer als Stefan Detjen, der ja aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt und insofern sich um seine Zukunft in zehn Jahren keine Sorgen machen muss. Aber also so die Zeitung, ich glaube, die werden in zehn Jahren nicht mehr alle da sein. Also so wir erleben jetzt so den letzten Moment, wo noch alles da ist und der Verfassungsblock dazukommt. Und in fünf Jahren wird vieles nicht mehr da sein und in zehn Jahren dann noch mehr nicht. Und da ist dann die Frage, wo siehst du die Zukunft? Also so auch, ja auch vielleicht als Ersatz zu rechtspolitischem Journalismus in Tageszeitungen. Also der muss natürlich noch dann vielleicht auch ein bisschen größer werden. Also so, aber kann es dabei bleiben, jetzt hier die Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft zu sein? Und die zweite Frage, also neben der Integration in die Gesellschaft hinein, also für Nichtjuristen, im Moment schreibt er ja schon eher für Juristen, also so sollte es dahingehend mehr geöffnet werden. Und das andere ist, wie parteiisch ist der Verfassungsblock? Vorhin hast du ja schon geschildert, du wirst also wahrgenommen oder ihr werdet wahrgenommen als Teil eines europhilen Lages und dementsprechend auch beschimpft. Ist das jetzt eben ein Zufall oder soll es so sein und ihr wartet immer drauf, bis auf der Gegenseite sich auch mal so etwas bildet und dann so eine Blockpluralität entsteht, wie sie auch für die USA beschrieben worden ist oder wollte eigentlich der universelle Block, also die eigentliche Blockosphäre, soll dann der Verfassungsblock sein und die anderen kommen nur noch nicht? Also ich, wenn ich das versuche zu beantworten, ich glaube, dass wir das, also ich habe da keine verbindliche Antwort darauf, weil das ergibt sich einfach aus der Genese dieses Blocks. Also es ist nun mal so, dass sozusagen, also ich habe da so meine Meinungen und noch viel stärker war es bei der Beschneidungsdebatte, da hatten wir, glaube ich, ein Dutzend Beiträge, die alle sich positioniert haben gegen das Beschneidungsverbot und da waren wir wirklich echt einseitig. Und das war jetzt aber nicht geplant, sondern es hat sich einfach daraus ergeben, dass sozusagen die Leute, die daran beteiligt waren, sozusagen halt miteinander im Gespräch sind und dann auch sozusagen einen Beitrag den anderen ergibt. Ganz am Schluss hatten wir dann noch einen Beitrag, der das ein bisschen relativiert hat, sozusagen diese Einseitigkeit. Aber mir ist das auch nicht unbedingt recht. Und es ist auch gar nicht mal unbedingt nur immer so, also zum Beispiel auch bei der Euro-Debatte, da ist es jetzt, also es ist sozusagen unser Profil, das ist einfach mal so entstanden. Das war jetzt gar nicht unbedingt so geplant. Also für mich war es so geplant, weil ich halt einfach dieses Profil habe, aber dass der Blog insgesamt dieses Profil hat. Aber wenn sich das, also ich bin total offen dafür, dass wir da auch andere Positionen auf dem Blog haben, wenn sie denn kommen. Und also ich habe da jetzt weder den Plan, dass ich sozusagen da die gesamte Blogosphäre auf dieser Plattform sozusagen abbilden will, noch möchte ich sozusagen da eine ganz schnittige, einseitige, ein bestimmtes Lager bedienende Geschichte daraus veranstalten. Sondern das wird sich daraus ergeben, wie sich die Bloglandschaft insgesamt entwickelt. Und es ist ja auch schon so, wie man sieht, dass andere Blogprojekte entstehen und das begrüße ich. Also ich habe es manchmal so, dass ich gerne Beiträge, die jetzt auf dem Juvis-Blog erschienen sind, und ich sage, das hätte ich aber auch gerne gehabt. Aber unterm Strich bin ich sehr froh, dass es da jetzt weitere Projekte gibt, ein konkurrenzbelebtes Geschäft und das kann uns allen nur nützlich sein. Was die Substitution von Rechtsjournalismus herkömmlicher Art betrifft, also das hat ja auch mit meiner eigenen Berufsbiografie zu tun. Ich meine, ich komme ja selber auch aus dem Printjournalismus und war zehn Jahre lang beim Handelsblatt gewesen. Und um auch nochmal zu unterstreichen, was Stefan vorhin gerade gesagt hat, also wie ich beim Handelsblatt 1999 angefangen habe, da waren wir drei Juristen in der Redaktion und in der Politikredaktion, die sich nur mit Jurathemen beschäftigt haben. Einer hat nur Steuerrecht gemacht, da gab es noch einen anderen, der hat Steuerpolitik gemacht, aber der hat nur Steuerrecht gemacht. Und das ist ein unverstellbarer Luxus an journalistischen Kapazitäten, den man sich damals hat einfach leisten können, weil das Geschäftsmodell dafür da war. Und dann war ich da zehn Jahre lang und das Geschäftsmodell wurde immer mieser und die Arbeitsbedingungen immer schlechter. Und dann bin ich aus freien Stücken da weggegangen, um mir rechtzeitig was Neues aufbauen zu können. und der Verfassungsbank ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Dazu, weil ich das ganz wichtig finde, weil es jetzt auch um ökonomische Grundlagen geht und wenn man einfach sehen muss, da ist ein Journalist, der ist beim Handelsblatt angestellt, geht da raus, erschließt sich andere Verdienstquellen, schreibt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk was, bei der FAZ, da finden Quersubventionierungen auch statt. Und deshalb finde ich, muss man die Universität da auch nochmal an der Stelle in die Verantwortung nehmen. Auch ich finde, das ist eine Frage, wo es nicht nur um wissenschaftliche Diskurse geht, sondern wo es wirklich in der Situation, die der Christian Rath ja gerade auch nochmal zugespitzt hat, wo es um die Frage geht, wo finden, wie werden die Institutionen getragen, in denen in Zukunft die Diskurse organisiert werden, die wir jetzt hier beschreiben, die diese Gesellschaft braucht, auf die sie angewiesen ist, wenn es um Recht und Verfassung geht und wo die Träger von solchen Diskussionen zu einem erheblichen Teil wegbrechen werden. Und das verändert, ich glaube, es wird die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der im Moment in vielen Bereichen, auch aus Gründen, die er selber geschaffen hat, etwas in der Defensive und an der Wand steht, aber das wird das nochmal verändern, wenn man sieht, was an Zeitungsjournalismus wegbricht. Und da muss man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in allen seinen Facetten in die Verantwortung nehmen, er muss sich der stellen und auch andere Institutionen, die sich dem Diskurs in der Gesellschaft verpflichtet fühlen, müssen sich, glaube ich, dieser Frage sehr aktiv stellen, Stiftungen und vielleicht auch Universitäten. Also ich bin ja ein großer Freund der Verantwortungslosigkeit der Hochschule, tatsächlich, also das würde ich schon ganz dezidiert auch nochmal sagen. Also ich glaube schon, dass wir das hier machen, und ich glaube, dass es gut ist und ich glaube auch, wenn wir Nutzen abwerfen, sollen wir es tun. Und ich finde, das ist ein Projekt, wo das sich fügt. Aber grundsätzlich würde ich mich doch dagegen wehren, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist gerade der Witz an der Universität, dass ein Raum ist der Reflexion, in dem man sozusagen erstmal nicht irgendwie in die Pflicht genommen wird für irgendetwas anderes. Sie können sich, das ist ein sehr juristischer Anführungsstück, Sie können sich mal die Entwicklung der deutschen Hochschulgesetze seit den 50er Jahren angucken, die immer mehr vorgepackt werden mit so quasi sozialstaatlichen Normen. Also wir müssen im Grunde auch die Integration der Gesellschaft fördern und die Gleichstellung sowieso und dieses und jenes. Das ist doch alles sehr schön. Ich habe da auch gar nichts gegen. Also ich meine, mein Gott, aber es ist irgendwie eigentlich nichts, was mit einer Uni was zu tun hat. Und es hat nichts mit Forschung zu tun und ein bisschen was mit Lehre. Also ich wäre da sehr skeptisch tatsächlich. Ich glaube, wir würden völlig überfordert werden und es würde letztlich auch vielen anderen Erwartungen, die älter und vielleicht auch legitimer sind, nicht gerecht werden. Also wie gesagt, ich bin sehr dafür, aber da ist das juristische, sehr ähnliche Organisationsmodell der öffentlichen Hochschule und der öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten in der Sache, glaube ich, auch diametral entgegen. Wir werfen erstmal keinen Nutzen ab, außer kollateralen Nutzen, der aus der Wahrheitssuche kommt. Da wäre ich relativ, würde ich mich, glaube ich, gegen wehren wollen. Ich glaube, dass wir aber auch zwei Sachen unterscheiden müssen. Also eine ist einfach der Medienwandel. Also das wegbrechende Printjournalismus findet statt, weil Medienwandel stattfindet. Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall gewissermaßen eben, dass interaktive Medien einfach sozusagen einen Zuwachs bekommen. Das heißt nicht zwingend, dass Qualitätsjournalismus ausstirbt. Eine bestimmte Form des Qualitätsjournalismus steht unter massiven ökonomischen Druck. Das bedauern wir alle, insbesondere als Generationen, die gewissermaßen diese Form des Medienkonsums gelernt hat und als den eigentlichen qualitativ höchstwertigen Diskurs ansieht. Das muss man aber nicht nur als Verfallsgeschichte sehen. Damit eng verbunden ist aber die Rolle, die ich glaube, die Universitäten dort haben oder auch nicht haben können. Zentrale Merkmale im Journalismus können Universitäten nie ausfüllen. Also Recherche kann nicht an Universitäten geschehen, sondern das ist ein anderer Modus. Anschlusskommunikation als zentrale Funktion, die Medien zu erfüllen haben innerhalb einer Gesellschaft, ist nicht die Aufgabe von Universitäten, weil es da eben gerade nicht darum geht, verschiedene Milieus, verschiedene Diskussionskreisläufe miteinander kurz zu schließen, die jeweiligen Schnittstellen zu besetzen, füreinander durchlässig zu machen und Ähnliches. Wo Universität vielleicht aber eine Rolle spielen kann, das ist, wenn es sozusagen um verstärkte Züge von Interaktivität geht, Diskursplattformen darzustellen, bei denen die Wissenschaft ihrerseits einfach sozusagen ihre Kenntnisse einspeist. Und da haben wir insoweit sozusagen relativiert sich ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, war einfach innerhalb der Wissenschaft zu beobachten, dass Wissenschaft ihrerseits stärker unter Legitimationsdruck gerät, deshalb in der Tat in ihren Themensetzungen und Ähnlichem sich auch stärker nach gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsfeldern ausrichtet und insoweit, ich will mal sagen, nicht nützlich sein soll, da stimme ich Christoph Möllers völlig zu, aber doch immer stärker auch sozusagen in Bereiche des gesellschaftlich Relevanten verortet wird, jenseits dessen, was Wissenschaft einfach sich nur als eigene Agenda vielleicht selbstgenügsam hätte geben wollen. Und soweit das stattfindet, sind natürlich dann auch Forschungsergebnisse sozusagen gesellschaftlich relevant mit der Folge, dass sie diskursrelevanter werden und deshalb durch die Universitäten organisierte Diskursplattformen auch irgendwie, ich will mal sagen, sinnvoll bespielt werden können. Die können dann aber eben sozusagen, machen da auch Stopp, wo dann der wissenschaftlich eigene Input durch die Universität geschieht und der Rest ist nichts weiter als die Plattform bereitstellen. Dass das sehr viel weniger als alles das, was Journalismus mit seinen spezifischen synergetischen Funktionen leisten soll und geleistet hat. Und insobei sozusagen, würde ich sagen, in dem Bereich, in dem wir mehr auf Diskurse umstellen als Abbildung im Medium, statt einem fertigen Medienprodukt, da ist es so, dass sowas wie der Verfassungsblock vielleicht sozusagen Teile dessen übernehmen kann, was früher Qualitätsjournalismus in den Redaktionsstuben selber als Entstehungsprozess abgebildet hat. Aber eine Vollsubstitution ist nicht vorstellbar, ohne dass Universität sozusagen sich aufgeben würde als ein eigenständiger Bereich innerhalb der Gesellschaft. Ja, wir hatten jetzt Alex Janasch noch und wenn sonst noch keine weiteren Wortmeldungen sind, dann würde ich dann auch die Liste schließen. Und bitte Alex. Nachdem ich jetzt der letzte Redner bin, will ich erst recht mit einem Lob beginnen, nämlich wir haben mehrere Beiträge gehört, die uns davon überzeugt haben, dass wir weiterhin den Verfassungsblock brauchen und dass wir eigentlich auch weitere ähnliche Blocks zu Rechtsgebieten brauchen. Das will ich aber jetzt hier nicht vertiefen. Wenn man jetzt das Verhältnis eines solchen Verfassungsblocks oder anderer Blocks zu Wissenschaft untersucht, dann möchte ich aber an diejenigen, die das tun wollen, sehr appellieren und sich mal zu überlegen, was eigentlich Wissenschaft ist. Da habe ich heute ganz unterschiedliche Auffassungen dazu gehört. Damit meine ich nicht eine philosophische Debatte nach Art von Hegel, sondern eine ganz soziologische. Hier sitzen drei habilitierte Professoren. Aber in Wahrheit meine ich, eine rechtswissenschaftliche Debatte geht weit über die richtig berichteten Probleme, die Sie gerade zuletzt genannt haben, der Universität hinaus. Wir haben eine, ich meine, relativ gut funktionierende wissenschaftliche Debatte in den Fachjournalen. Die NVWZ wurde ja mit leichtem Krümmen der Nase schon hier erwähnt. Für Spezialgebiete ist das noch viel deutlicher der Fall. Und ich glaube, auch diesen gesamten Kreis muss man einbeziehen. Also die, jetzt ist es schwierig abzugrenzen, aber das können ja Wissenschaftler besser als wir Praktiker, sie müssten schon, glaube ich, noch diejenigen einbeziehen, die mit den Mitteln des wissenschaftlichen Arbeitens zum Beispiel recht näher untersuchen, sei es in Ungarn, sei es beim EuGH oder irgendwo anders. Wissen Sie, warum Friedrich Karl Fromme sich nicht für den EuGH interessiert hat? Der wusste ganz genau, wo die Mächtigen sitzen, aber er hatte noch nicht begriffen, dass die nicht nur in Karlsruhe, sondern auch in Luxemburg sitzen. Dankeschön. Ja, also ich glaube, die Interaktion mit den Rechtspraktikern ist noch ein ganz eigenes Themenfeld, das wir tatsächlich heute nur gestreift haben und da könnte man jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihr lebhaftes Interesse. Das finde ich wahnsinnig freut. Und ich hoffe, Sie hatten auch was von dem Abend. das wird in der Nacht Und es wird ,